Wittenberge. Im Vorfeld des diesjährigen Landesmusikschulfestivals Sound City in Wittenberge wurde am 17. Juni die Ausstellung »Schöne Aussichten – Tendenz steigend« im Wittenberger Kulturhaus eröffnet. Zu sehen sind Druckgrafiken der Galerie Sonnensegel e.V. Brandenburg an der Havel und Kalligrafien und Malereien der Musik- und Kunstschule Regenbogen e.V. Blankenfelde. Die Warm-up-Ausstellung soll schon einmal auf die kommenden Landesmusikschultage vom 17. bis 19. Juli einstimmen. Sie kann immer samstags und sonntags von 15. bis 18. Uhr besucht werden.